Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Minigames und heute spielen wir mal QSG auf der Map vom Paddix und vom Creed Paddy und von dem letzten, weiß ich nicht, den kenne ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine ziemlich geile Map, Highrise Mb2, ach die guten alten Zeiten, naja, leider viel zu verheckt. Und jo, mal sehen was wir so reißen können. Wir spielen glaube ich zu sechst, damit das nicht zu viele wird und dann leckt. So, ihr wisst ja, dass ich sehr schlecht bin in PvP, aber ich hoffe das stört euch nicht. Ja, ich spiele natürlich nicht nur PvP, sondern ich habe auch ein kleines Thema vorbereitet und zwar wollte ich euch fragen, uh, nice, niceer Loot auf jeden Fall. Was wollt ihr als 1000 Abo Special, wenn ihr da Ideen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dabei was rauskommt. Wir fressen ihn mal, würde ich sagen. Oh, Seelook ist das. Oh Gott, ich glaube der ist gut, ich weiß es nicht. Ich kenne ihn zwar, aber ich kenne nicht ihre Stärke. Oh Gott, er ist beinahe runtergefallen, er ist beinahe runtergefallen. Oh, er hat, Alter, was? Er hat Eisenschwert. Oh Gott, ich habe nur, ich habe nur Holz. Scheiße. Nein, ja, wir haben ihn, nice. So, also, was ich euch fragen wollte, was wollt ihr als 1000 Abonnenten Special haben? Würde mich mal interessieren. Und, ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare, Harte, Sechs Herzen. What? Achso, er war schon angehört, okay. Also, schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr euch als 1000 Abonnenten Special wünscht. Schreibt es einfach in die Kommentare, egal was, irgendwas cool. Also, natürlich PS3, Minecraft ist ja klar, aber, oh, ganz viel Loot. Aber sonst nichts, also nur PS3. Und ich wollte euch nochmal fragen, was haltet ihr denn von Minecraft Castle Rush auf der PS3? Würde ich vielleicht auch mal bringen wollen. Und mein Freund, ich habe ein Eisenschwert, du zwar auch, aber ich werde dich jetzt bumsen. Mein Easy PvP ist ge... Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, okay, da habe ich verloren. Egal, wir sehen uns gleich in der zweiten Runde wieder. So, und damit willkommen zur zweiten Runde. Und da sehe ich doch jemanden, der schön AFK rumsteht. Äh, habe ich einen der... Ja, ich habe beides schon, nein. Shit, 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 okay. Steht der Kerl wirklich nur AFK rum? Nö. Er hat schon was gelootet. Und den werde ich mir jetzt holen. Jupp, gegönnt. Easy. Okay, er stand nur AFK rum, aber trotzdem. Easy. Ähm, zip, zip, aber diesmal nicht. So, mal sehen, was wir so reißen können. War hier schon jemand dran? Ich brauche noch eine Brustplatte. Pfeile sind wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Aber ich brauche eine Brustplatte, verdammt. Oh, da haben wir doch eine. Nice. Das ist doch schon mal was. So, jetzt würde ich aber gerne eine bessere finden. Und ich weiß auch schon, wo ich die finde. Ich weiß noch nicht, ob ich da so schnell hingomme. Hoffentlich war da oben noch keiner, weil ich habe ja letzte Runde da die Diabust geholt. Und die hole ich mir jetzt natürlich auch wieder. Und ich habe auf jeden Fall ein neues Projekt geplant mit YouTubern. Davon wird bald der Trailer kommen. Aber erst wenn ich die Sachen, die, wie heißen sie, naja, Islands-Sachen fertig hochgeladen habe. Und zu Ende ist es, dann werde ich erst den Trailer dazu machen. Und dann können sich YouTuber da bewerben. Es geht nämlich nur mit YouTubern, tut mir leid. Aber diesmal sind es wirklich nur YouTuber. Und ich werde da jetzt nicht runterspielen. Oh Gott, schießt mich ab. Oh, frierst du ihn auch? Ich werde nicht teamen. Nein. Und ich werde nicht... Komm schon, komm schon. Nein, wehe, du stoppst ab. Und mein Aim mit dem Bogen ist ja unglaublich stark. Also wirklich. Es ist unglaublich. Was ich so mit dem Bogen aimen kann. Oh Gott. Kriege ich den? Natürlich, abstaubar. For the win. Alles klar. Also wir müssen jetzt mal weg. Okay, verfört mich nicht weiter. Mann, ich hasse diesen Essenspack. Bitte. Prisum. Okay, die battlen sich dann hier jetzt erstmal. Jetzt halt essen wir mal was. Gott. Okay, die battlen sich doch nicht mehr. Holy moly. Ich werde ihn jetzt nicht angreifen, weil dann bin ich total im Arsch. Verdammt, und warum ist dieses blöde Essenspack so kacke? Warum verfolgt der uns? Nein. Scheiße. Aber ich esse jetzt einfach mal was. Vielleicht geht der dadurch weg. Lux, du legst oder alles legst. Alles legt. Nein, nur Lux legt. So, faires wand versus one. Stockton. Das ist schade. Amen. Ja. Oh, ein Herz. Okay, GG, ein Herz. Ich danke fürs Zusehen. Lass eine Bewertung da und haut raus. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.